Wenn du wegkommst, wird geschossen! Ja, Dekker, komm das raus, gib ihm. Ist immer fein mit dir. Warte, ich überhole ihn. Knapp. Ja, Dekker, guck mal wo du bist, guck wo er ist. Ja, warte, warte, warte. Ich schaller dich raus da. Umaufaufsteigen, bist tot, umaufaufaufsteigen. Hallo Kollege, jetzt nimmst du erstmal die Hände runter und legst erstmal deine Waffe auf den Boden. Dann lass es." Ja, dann sollst du die Waffe auf die Boden werden. Du legst die Waffe auf und, du hast den von der Waffe gesehen, du legst die Waffe auf ihn, und? Du legst die Waffe auf, oder? Du legst die Waffe auf, oder? Du legst die Waffe auf. Du legst die Waffe auf den Boden, oder? Du legst zuerst die holen? Gib mir die Waffe jetzt los. Ich hab nichts rum. Ja, gut an. Tschüss. Dann,zu ich leider exekutieren. Zerrufe an die password市場. Solid austare ich nicht. noch nicht so und daher noch eine Sache so anziehen wie ist denn ihr Name wie ist denn ihr Name weil wir gleich hätten jetzt gerne mitnehmen er hat einen Moment weil wir erinnern um gleich einem eine Nachschreiben wollen für die Ausbildung des Gerätes Prozent ja das könnte dann versuchen weil es nicht mehr alles für mich interessiert wird und nicht also was soll ich machen ist mein Gerät das sind 2,5 Millionen würde ich gerne haben von ihnen ansonsten wird dieses in 30 Minuten beim Rebellen Autoschieber verkauft Schoppi 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 Appapool also anscheinend haben sie nichts dagegen da wird es halt verschobt Schönen Tag ich noch ja Manu, du bist grad getrennt ne so, bitte verkaufen